Ja, hallo liebe Freunde, es ist was ganz komisches passiert eigentlich. Auf einmal hat sich der Orbit verkürzt und jetzt sind wir hier in einer relativ... Ja, es waren jetzt vielleicht noch zwei Umdrehungen oder irgendwas. Gut, wir landen. Gut, wir sind 2000 schnell, 2000 Meter pro Sekunde, nehmt ab. Wir treten gleich in die oberste Atmosphäre-Schicht ein. Ich habe schlicht das einmal schiefgehalten, ich habe ja nämlich gerade 180 Science-Antwort. Das ist schweineviel. Und da fängt es an, da fängt es an. Oh, was? Hä? Warum hab ich kein Spielsound? Spielsound? Ach egal. Okay, na ja, leicht. Das ist so lang... Mir ist nur erstmal wichtig, dass die Kiste gerade bleibt, dass sie sich quasi, dass das hier unten ist. Ich habe irgendwie gerade keinen Spielsound. Man hört einfach nichts, was so leise ist, um die Sounds so leise sind. Also wir haben jetzt einfach noch gerade nichts, es wäre jetzt sowieso ein bisschen laut. Da war es nicht schön. Ich habe Angst mit dem hier gerade, der gerade eingefangen. Ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen mehr übergucken lassen, sondern... Ja, ich hoffe, dass alles gut geht. Aber hier oben die Kapsel, die sieht selbst aus, dann nimmt nichts Schaden. Das ist alles zu voll. Nein, du bleibst hier. Du bleibst. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Dreh, 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 einfach dreh, einfach dreh. Ja, das war's. Okay, da ist es gut aufhört. Wir können kurz regenerieren. Wir sind immer noch 1000 kmh-Schnitt. Okay, ich versuche, die Kapsel so zu wackeln, dass wir, also dass die empfittlichen Stellen nicht mehr so lange dem Feuer untersetzt sind. Das war's. Dreh, 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 die. Wir kommen euch wieder in eine... Obwohl, kommen wir gar nicht. Was ist das jetzt schon? Wirklich gar keine Kraft mehr, sich da irgendwo hinzudrehen, da muss ich jetzt aber... Okay. Siebenhundert. Und das auf so einer Höhe, das ist der beste Re-Entwölmann meines Lebens. das muss ich nur noch kommen dass die falsche mal wie viel habe ich noch mal das sollte echt reichen ich kann es sind doch wir haben sonnt macht er der erste jetzt geht auf was das ist noch zufrieden jetzt können es wird mit was passiert die jetzt sagen die sich ist ein bisschen aber es ist ein bisschen jetzt nicht gedacht dass es so schnell geht hätte ich noch dran gelaufen ich bin gerade genauso gespannt wie bei der Landung meine andere Menschen sind immer total da bin ich habe ich bei kann ich bei Höhe 7.000 konnte ich letztens mein Fallschirm nicht öffnen obwohl bei irgendwie 4.000 der Boden war ja zu Glück kann ich ihn dann auch öffnen oder hätte ich direkt so also der geht erst so einen kleinen und dann so einen groß aber die sind sogar noch ein klein also das ist noch klein gleich öffnen die sich bei 1.000 über dem Boden oder dass hier das Meeresspiel wird also wenn hier oben 1.000 steht ich hätte quasi da wo ich hier ich bin durch die hier zwischen den Spiel hatte hatte ich auch schon mal hier in der Gegend ich denke ich noch mal die ganzen Batterien gehen es ist nicht kaputt gerade nicht da toll dass euch atmen es ist so geil und ich hab mir hier sogar noch verrechnen also wir haben hier 40 40 100 also 180 aber wir haben hier hinten nochmal zwei drin ich hab mir das nicht mehr aber ist ja ja egal so und gleich ich zeig das euch mal ich sag ich sie gab alle hier die von der UND ist richtig mächtig aus jetzt öffnen die sich und wir bremsen einfach auf 6 ich hab genau richtig viele Zeichen mehr dran gemacht sonst beschleunige ich die Zeit sonst beschleunige ich die Zeit denn hier wir schaffen noch ich hoffe dass die Geschwindigkeit normal im Normalfall ich bin dort Ding und ja das muss schwimmen ich meine unten ist alles wohl das ist ein wohlraum es gibt alles wieder gehen wie viel Geld habe ich jetzt insgesamt ich habe jetzt schon 500.000 plus das geht von den her noch mal weil 550.000 das heißt ich habe kein plus und kein minus gemacht aber in Science habe ich einen haufen plus gemacht so jetzt achten es wird laut macht mal leiser Achtung und laut Kipion 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 aber das ist nicht schlimm aber im Normalfall ist es nicht schlimm Achtung der Spieler gestürzt das würde ich so hassen das würde ich so hassen das würde ich so hassen ich würde das Spiel verklagen ne komm loading loading der muss jetzt ich muss erstmal nahen weil das ist viel zu laden wegen meiner Guthalten vor allem ich habe 400 das ist Alter von was? von was? Eiff 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 ist das hier 100 das hat gar nicht gebraucht also 100 guck mal das hat das hat sogar keine 40 aber das hat keine Atmosphäre der hin und das hat noch für sich Koffer im Westen jetzt kann ich das noch immer machen muss die ganze Zeit sparen so dass erstmals haben immer noch genug Geld angemessene Rakete jetzt kann ich endlich das Labor frisch ich bin schon unsicher was ich jetzt noch machen soll ich würde gerne hier hinkommen das heißt ich müsste hier hin hier ist ein Flugzeug Könnte man da aus dem Flugzeug kommen? da sind keine Mittelteile da sind nur Triebwerke, ein neues Cockpit ein Engine und so weiter das brauchen wir auch das hier immer noch 200 Zeit übrig das brauche ich wegen den Adaptern und das hier ich muss es mir holen, es ist mir wirklich leid hier sind nämlich die Solarpanels drin und die brauche ich sonst muss ich immer so viele Batterien mitbringen nehmen und auch in die Basis das heißt ich kann Basen gar nicht lange in der Umlauf bauen lassen und hole ich mir einfach noch, nee ich ruf mir noch das her, dann kann ich mir ein schönes Flugzeug bauen was, achso, ja, genau, not enough signs so, oh warte ich hab was grad, ich hab Weltrekord wofür, wofür bitte ich hab nichts gemacht achso, ja, wegen Mann, Moon und so weiter also das was wir als nächstes bauen werden ist also das war der Vorgänger wir versuchen das hier mit dem hier irgendwie gekoppelt und dazu brauchen wir natürlich noch irgendwas zum Steuern also warte mal okay, das sieht furchtbar aus was ist das eigentlich kann man da irgendwie hier zoomen und dann das doch oben drauf ich will nur noch grad was probieren ich weiß, das Ding wird nicht fliegen ich will nur noch kopieren ob ich es habe ich jetzt äh SRS hat oder wie ist noch mal ich weiß, also diese Scheiß im Arm SRS genau weil wenn man nur diese Kugel hat, kann man kann SRS haben und ohne SRS kann man kann ich zumindest nicht mit Staaten ja nicht mit Kamauwessel so Brunnen kann Geld bezahlen wir werden das noch modifiziert mit Technologie und äh ich hier noch mehr schnittschnack eine dicke Batterie kann man tun wir das so schnell entfernt stellen hier so lange Panele äh und was sehen denn die Kappler immer das täglich hat ja gut sein das hat ein Jahr das 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 und das ich hab keine Ahnung was sie machen ich weiß es wirklich nicht die 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 hier sind die letzten Tests, die wir machen. Ich muss auch schlafen. Wir haben irgendwann eine Uhr. Funktioniert ja super. Okay, das ist nicht das Ding, was ich dachte. Ich muss noch mal kurz suchen, welches von der Zapter ich benutzen muss. Welchen waren es hier? War das das? Hier kein Unterschied. Ich hab überhaupt noch gar nicht nachgedacht, wie ich dieses Ding hier hochbekommen. Ich weiß nicht, was das ist und ich weiß auch nicht, wofür es gut ist. Jetzt ohne Scheiß. Ich suche einfach nur die Kappler. Kann man hier nicht einfach... Die... Könnte ich denn auch... Nein, das könnte ich überall dran machen. Ich baue einfach grad schon mit euch, was wir hochschießen werden. So. Wie so schön braucht das denn nicht? So einen großen hab ich eh nicht. So einen großen hab ich eh nicht. So einen... Auch da hin? Was nein... Ich werde es niemals schaffen, da zu koppeln. Niemals. Giku kann ich auch schon sagen, wer da reinkommt. Der Science ist ja der Pilot nicht. Ich glaube, ob ich noch jemanden entwickeln, also bestellen kann. Ein Science braucht, reicht ja. Und Giku wäre es eigentlich. Da könnte ich einfach nur das Labor hochschließen. Aber... Kann ich ein paar Leute unterbringen. Falls ich welche mal parken will. Woll ich was drehen? Das hier oben bleibt einfach daran kleben, die ganze Zeit. So. 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 So eine Solarzellenwand. Das funktioniert aber nicht, schade. Lassen wir hier noch frei, weil ich möchte gerne immer noch einen normalen Ausgang haben. Das macht er dran. Ein richtig spannender Maran. Hier. Einen kompletten Ring aus Solat. Trotzdem war das Ring. Was ich hier fuhre? So. Das ist eigentlich schon voll krass. Die können dann kleinere Schiff, also können dann hier diese Kur, die Kapseln andocken. Und einfach, und einfach, äh, kann sie dann ein paar und manche hinbringen, manche zurückbringen. Das wird ja später noch ein bisschen ausgebaut. Also nicht ausgebaut, wenn aber benutzt werden später noch. Wenn wir mehr Leute haben und so weiter. Und wenn auch bald ein eigenes Flugzeug bauen und das aber versuchen da hoch zu schießen. Also quasi hoch und runter. Das kann nur Menschen dann transportieren, weil was anderes kann ich nicht. Also würde ich quasi das hier benutzen. Ja. Das ist hier eigentlich unser... Oh nein, ich habe ein paar Lachen vergessen. Und zwar auf jeden Fall brauche ich eine Satelliten Schiff. Und nur eine. Von zweitens. Ja gut, ein Thermometer wird jetzt nicht schaden. Ein Thermometer wird auch nicht schaden. Na gut, noch ein Lapor. aber... Unten dran wird's nicht geheftig. EKA... Würde aber ich mach natürlich nicht. Ich habe schon... So, das sprechen wir jetzt ab. die die und es die 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 Rakete das neue nah wunderbar Also, in der nächsten Folge seht ihr mich Verzweifeln und noch mehr Verzweifeln und Verzweifeln als Verzweifeln. Nein, sehr gut. Das helfen wir jetzt und das war's mit der Folge. Endlich. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin nämlich tolemüde. Tschüss.